Im letzten Jahr ist recht viel gelaufen und ich habe den Gold geholt. Wir trainieren sicherlich sehr viel, das ist keine Frage. Im Sport hat sich sehr viel verändert. Früher war es ein lockerer Hobby. Die neue Trick zu lernen, ist das Trampolin eines der wichtigsten Hilfsmittel, die du hast. Die X-Games waren die erste Einladung dieses Jahr. Ich standen vor der Tür und war recht nervös. Das Wetter war auch nicht optimal. Wirklich sehr schlecht. Schnee und recht langsam. Ich konnte aber zwei gute Tricks landen und habe so das Gold geholt. Einfach auf der Piste fahren ist eines meiner Lieblingssachen, die ich mache. Ein wenig Carving-Schwünge, ein wenig Bremsen, irgendwelche Frontflips über Höhertreiber machen. Das ist wirklich eines meiner Lieblingssachen. 2 3 4 4 5 6 5 6 6 7 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.